Hallo, mein Name ist Dr. Jürgen Grasmück. Ich bin Chefarzt der Salztalklinik in Bad Sodensalmünster. Ich suche einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin als leitenden Oberarzt beziehungsweise leitende Oberärztin. Ihr Aufgabengebiet medizinische Betreuung und Durchführung der ärztlichen Tätigkeiten, Diagnostik, Festlegung von Reha-Zielen, Therapieverordnung im Rahmen der Rehabilitation, Durchführung von ärztlichen Visiten und interdisziplinären Konferenzen, Sichtung von Vorbefunden sowie Durchführung und Auswertung von Diagnostik, zielgerichtete Kooperation mit sämtlichen an der rehabilitanten Versorgung beteiligten Berufsgruppen, Leitungs- und Führungsfunktion für Assistenzärzte, Teilnahme am Bereitschaftsdienst. Ihr Profil? Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, oder physikalische rehabilitative Medizin oder Chirurgie, klinische Erfahrung in der Akutorthopädie oder der konservativen Orthopädie im Rehabilitationswesen von Vorteil, hohe soziale, menschliche und fachliche Kompetenz, teamorientierte Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen und Kliniken, Initiative an der fachlichen Weiterentwicklung und Vernetzung der Kliniken mit den Akuteinrichtungen der Region und überregional, Führungserfahrungen sowie Entscheidungs- und Führungskompetenz, gute Deutschkenntnisse. Wir bieten eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit hohem Entwicklungspotenzial und Gestaltungsspielräumen, unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem interdisziplinären Team, ein gemeinschaftliches und wertschätzendes Arbeitsklima, eine der Positionen und der Verantwortung angemessene Vergütung, großzügige interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten, modernes Rehagebäude, Unterstützung bei der Wohnungssuche, gute Lage mit direkter Autobahn und Bahnanbindung. So viel zu unserer Klinik. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung.